Dies ist ein Video aus der Serie Hilfe in der Praxis. Und zwar, es kann vorkommen, dass beim Starten des Clients, also das heißt, wenn Sie im Netzwerkbetrieb arbeiten, der Client plötzlich das eventuell schon freigegebene und gemappte Laufwerk nicht mehr findet, auf dem die Daten von Wabi Profi 3 liegen. Das heißt, der Client will auf die Datenbanken vom Server zugreifen. Dieses Zuweisen müssen Sie natürlich in den Systemeinstellungen tun, am Client wohlgemerkt. Dazu klicken Sie auf Systemeinstellungen, auf Hardware und auf Netzwerk. Wir rufen uns nochmal Erinnerung, wir haben hier unser Laufwerk Z, ja, und zwar dieses Z ist gemappt. Und auf dieses wollen wir jetzt zugreifen, dann brauchen Sie hier nur auf Durchsuchen klicken, wählen dort Ihr Laufwerk Z aus und bestätigen und bestätigen mit OK. Danach müssen Sie das Programm beenden und neu starten und dann hat Ihr Client wieder das Laufwerk Z gefunden, das heißt, sich mit den Datenbanken am Server verbunden. Sollte nach wie vor bei Ihnen zum Beispiel so ein X sein, das heißt, dann sagt Windows aber ganz klar, ich kann mich nicht verbinden oder ich bin nicht verbunden, wie auch immer. Es sollte auf jeden Fall kein gelbes und kein rotes Zeichen hier bei der Laufwerksmappung sein, denn dann liegt ein Problem im Windows vor.